Corona Facts mit frei. So Patrick, weg mit der Maske. Wir haben es überstanden. Corona ist fertig. Das wäre schön, wenn das so wäre. Die Welle ist wieder am abklingen. Die Frage ist, wann gibt es das nächste Wachstum? Wie stark, wie hoch ist die Immunität? Wie gut ist die Immunität gegen Ansteckbarkeit? Und wie gut ist die Immunität gegen schwere Erkrankungen? Das kann niemals so richtig voraussagen, aber ja. Jetzt was wirklich ganz anderes. Hast du einen Laserdrucker im Büro? Ja. Oder wohnst du an einer Strasse? Nein. Zündest du ab und zu eine Kerze an oder brauchst du ein Duschmittel? Ja. Heute geht es um Nanopartikel. Die gibt es ja unter anderem auch in mRNA-Impfstoffen, oder? Genau, so ist es. Wir haben letztes Mal bereits über Nanopartikel gesprochen und nicht, dass es allen wieder ablöscht. Wir haben letztes Mal gar nicht über Corona gesprochen und in dieser Episode reden wir auch nicht über Corona, erst in der letzten Folie. Nanopartikel sind immer mehr Bestandteil von unserem Leben. Und es ist interessant für alle, die ein bisschen über die Gesundheit Bescheid wissen wollen. Nanopartikel ist die Technologie vom 21. Jahrhundert und insofern hoffe ich, dass doch viele Leute Interesse haben, obwohl sie von Corona die Schnauze voll haben. Eben, Nanopartikel sind überall, man kann fast nicht ausweichen und sie haben eine Wirkung auf den Körper. Und ich denke, du hast dazu eine Folie, oder? Ja, vielleicht zwei oder drei sogar. Ja, genau. Dann starten wir mal lieber, sonst wären wir nicht fertig. In der Fortsetzung von den Folien von der letzten Episode besprechen wir zuerst die Besonderheiten bei der Wirkung von Nanopartikeln und deren gesundheitliche Risiken. Nanoskalige Partikel verleihen den Substanzen bzw. Materialen neue Eigenschaften. Die Längenausdehnung verliert in diesem größen Bereich an Bedeutung und die Materialeigenschaften werden immer mehr bestimmt durch die immense Zunahme der Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Das heißt, Oberflächeneffekte wie Adsorption oder Benetzungseigenschaften treten verstärkt hervor. Man nennt das größeninduzierte Funktionalität. Das Verhalten der Nanopartikel ist nicht nur abhängig von Dosis und Zusammensetzung, sondern auch von Grösse, Partikelform, Oberflächenfunktionalisierung, also zum Beispiel eine Ladung, eine elektrische Aggregationstendenz, also ob sie sich dann zusammenfinden in grösseren Verbänden und eben die Oberflächenladung. Das Verhalten von Nanopartikeln unterscheidet sich häufig stark dem von grösseren Teilchen und zwar auch wenn die Inhaltsstoffe gleich sind, die gleichen Zusammensetzung haben. Sie können nicht nur eine andere Farbe haben, eine andere Leitfähigkeit, Festigkeit oder Löslichkeit, sondern auch chemisch und biologisch stärker reagieren und dadurch giftiger werden. Inhaltsstoffe in Nanopartikeln verhalten sich teilweise völlig anders als in normaler Grösse. Wir haben ja letztes Mal gesehen, durch welche Einfallswege Nanopartikel in den Körper eindringen können. Sie können zu einem gewissen Mass in den Blutkreislauf, Lymphkreislauf gelangen, verteilen sich in den Körper, werden teilweise ausgeschieden wieder vom Körper. Eine für alle Nanopartikel gültige Bewertung des Risikos ist nicht möglich. Jeder Stoff muss gemäss heutiger Technologie und den ganzen Prüfungen, die man bei neuen Produkten machen muss, Zulassungen, jeder Stoff muss im Einzelfall bewertet werden. Der gleiche Nanostoff kann auch bei unterschiedlichen Formen verschieden wirken. Nach sehrzeitigem Wissensstand geht man davon aus, dass lösliche und biologisch abbaubare Nanomaterialien keine grössere Gefährdung für die Gesundheit darstellen sollten. Was aber noch zu klären ist. Bei unlöslichen und nicht abbaubaren Nanomaterialien ist Vorsicht geboten, wenn sie in freier Form vorliegen, wie unter anderem bei den mRNA-Impfstoffen. Einige Ergebnisse aus Tierversuchen zeigen, dass bestimmte Nanomaterialien giftig wirken können. In Laborversuchen verursachten sie Schädigungen am Erbgut, Organschäden und Entzündungen. Aber Achtung, das sind Ergebnisse aus Tierversuchen mit deutlich höherer Dosis, die nicht 1 zu 1 auf Menschen übertragbar sind. Trotzdem hat man das so festgestellt. Hier ist das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, der Homepage Nanowissen. Ich lese nur die ersten drei Zeilen vor. Allgemein ist davon auszugehen, dass von Nanopartikeln nur dann Risiken ausgehen, wenn sie in ungebundener Form, das heißt frei verfügbar in der Luft oder in Flüssigkeiten vorliegen und aufgenommen werden können. Nanomaterialien, die fest in einem Werkstoff wie zum Beispiel in einem Tennisschläger eingebunden sind, stellen keine direkte Gefahr für den Menschen dar. Den Rest kann man im YouTube-Kanal nachlesen. Also ich gebe mir Mühe, hier nicht esoterisch zu wirken oder zweifelhafte Quellen zu zitieren. Das werden wir heute noch ein paar Mal sehen. Ich versuche hier auch ganz bewusst, diesen Eindruck nicht zu vermitteln. Wie steht es denn um das Thema Nanotechnologie in Arzneimitteln? Nanotechnologische Aspekte werden ungefähr seit 2000er Wende in unterschiedlichen Arzneimitteln genutzt, wie wir gesehen haben bei den früheren Episoden, auch für zielgerichtete Wirkstoffträger. Man kann also mit den Nanopartikeln einen Wirkstoff zielgerichtet in bestimmte Organe oder Zellen bringen im Körper. Es gibt neuartige Diagnose und Therapieverfahren, eben Impfstoffe, Behandlung von Krebs. Da ist man schon auch weiter in der Versuchsphase. Es nutzt auch schon die ersten Arzneimittel, Aids und Multiple Sklerose. Die sind bereits in Anwendung, aber noch nicht teilweise in Zulassung. Teilweise werden sie schon angewendet. Niedermolekulare Arzneistoffe, das heisst also die Molekülmasse kleiner als ein bestimmter Wert, nämlich 800 Gramm pro Mol, die werden seit Jahren in nanostrukturierte Trägersysteme verpackt, um deren Körperverteilung zu beeinflussen, also wie sie im Körper verteilt werden und um eben die Wirkstoffe in erkrankte Körperregionen transportieren zu können. Wir reden da also von Umhüllungen von Arzneimitteln zum Beispiel. Ein Vorteil ist, dass diese Arzneimittel basierend auf Nanopartikeln nicht durch die Magensäure oder die Gefäßwände hindurch müssen und auch nicht vom Immunsystem bekämpft werden können. Und ebenfalls zum Vorteil ist der zielgerichtete Transport. Für diesen Trägersystem zählen Lipid-Vesikel. Vesikel, das sind kleine Bläschen mit einer Fethülle, wie zum Beispiel die Lungenalveolen, das teilweise auch so sind. Und aufgrund ihrer geringen Größe kann eine gezielte Anreicherung des Wirkstoffs in Organ, Geweben oder Krankenkörperstellen, also man nennt das Drug-Targeting, erreicht werden. Wir haben gesehen, dass es eben Liposomen gibt und Lipid-Nanopartikel zum Beispiel. Die Liposomen sind kugelförmige Lipid-Vesikel und seit mehr als 20 Jahren sind mehrere Zytostatika-haltige Arzneimittel, also Chemotherapie, auf Basis von Liposomen auf dem Markt. Und die versprechen eine Optimierung der Tumortherapie. Ist ja klar, wenn man jetzt an einen verbesserten, zielgerichteten Transport denkt von Wirkstoffen, anstatt dass man den Körper mit Bomben belastet, denkt man natürlich in erster Linie auch an eine Tumortherapie. Die Covid-MRNA-DNA-Impfstoffe bestehen aus Lipid-Nanopartikeln, wie wir gesehen haben. Um mal die zynische Geräte klinisch zugelassen, in 2014 waren es 43 Nano-Arzneimittel, also nur Arzneimittel, nur damit man mal eine Grössenordnung hat. Und jedes Jahr werden es mehr. Die Anwendung der Nanopartikel bei mRNA-Impfstoffen. Nun, wir haben gesehen, die mRNA ist eingebettet und umhüllt in Lipid-Molekülen. Und aufgrund der geringen Größe werden diese eben als Lipid-Nanopartikel bezeichnet. Diese geringe Größe ist wichtig für die Funktionsfähigkeit der Impfstoffe. Denn wäre die mRNA im Grössertalchen verpackt, dann könnten die Makrophagen diese Partikel erkennen und zerstören. Und entsprechend wäre die mRNA verloren. So hingegen können die Lipid-Nanopartikel mit den mRNAs zu den Körperzellen gelangen. Und dort werden sie durch den Prozess, den wir auch schon behandelt haben, Endozytose, also Einstellung der Zellmembran, gelangen sie in die fremden Körperzellen hinein und können dort die mRNA ins Zytosol, also das Zellplasma, abgeben. Nicht Zellkern, Zellplasma. Und das Besondere gegenüber früher ist, das wird jetzt eben intramuskulär injiziert. Also unsere Beimpfungen sind intramuskulär in den Muskeln. Jetzt stellen sich folgende Fragen. Wie viele der injizierten Nanopartikel verbleiben in den Muskelzellen? Wie viele der injizierten Nanopartikel gelangen über die Lymphgefäße in die Lymphknoten? Wie viele der injizierten Nanopartikel gelangen in die Blutbahn? Und können damit auch in Organe, in Gewebe gelangen? Und wie stark reichern sie sich dort an? Wie sehr werden sie auch wieder abgebaut? Also welche Konzentrationen bleiben dann schlussendlich? Und ab welchen Schwellenwerten der Einflussfaktoren, siehe letzte Episode, kann eine Krankheitsauslösung erfolgen? Das sind eigentlich die Fragen, auf die man zum großen Teil noch nicht wirklich eine konkrete Antwort hat, um das gerade am Anfang auch zu verdeutlichen. Jetzt ist eigentlich, wie soll ich sagen, der Vortragsteil von dieser Episode vorbei. Jetzt berichte ich aber noch über einige Studien zu Nanopartikeln, damit man eben weiß, was ist überhaupt die Studienlage? Und ich beschränke mich fast ausschliesslich auf behördliche Studien oder von Ministerien, um auch zu zeigen, da gibt es keinen Alarmismus. Also wenn Behörden irgendwo Hinweise geben, dann ist was dahinter. Hier gibt es einen Artikel, der heisst Krebserzeugende Wirkung von Natmaterialien am Arbeitsplatz. Wir gehen hier nicht im Detail ein, aber eben der Laserdrucker ist so ein Beispiel. Es wird ebenfalls, werden hier in dieser Studie krebserzeugende chemische Stoffe behandelt. Und da ist natürlich eine Binsenwahrheit, wenn ich einen gewissen krebserzeugenden chemischen Stoff habe, der auch in normaler Größe krebserzeugend wirkt, dann wirkt er als Nanopartikel mit äusserster Wahrscheinlichkeit auch krebserzeugend. Dann gibt es bestimmte Nanomaterialien, die eben faserförmige Strukturen besitzen. Und da wurden im Tierversuch eine ähnlich starke Wirkung festgestellt wie Asbest. Das heisst also, man kann davon ausgehen, die sind krebserzeugend. Genauso wie bei Proben von sogenannten Multi-Wall-Carbon-Nanotubes, das sind Kohlenstoff-Röhrchen. Auch für Inertstäube sollte eine krebserzeugende Wirkung in der Lunge angenommen werden. Die wurde mindestens in Tierversuchen festgestellt. Jetzt kommen wir zum Bundesamt für Gesundheit und Bundesamt für Umwelt. Synthetische Nanomaterialien heisst das von 2007. Das sind alles Zitate aus diesen Studien. Deshalb lese ich das jetzt ab. Trotz der rasanten Entwicklung der Nanotechnologie ist derzeit noch sehr wenig über die Exposition von Mensch und Umwelt durch synthetische Nanopartikel und deren potenzielle Risiken bekannt. Aus verschiedenen Forschungsrichtungen gibt es aber Hinweise, dass ultrafeine Partikel, das sind Partikel kleiner als 0,1 Mikrometer, negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Synthetische Nanomaterialien werden in der heutigen Chemikaliengesetzgebung nicht speziell behandelt. Da gibt es eben noch einen Nachholbedarf. Da wurde zwar einiges nachgeholt unterdessen, aber es ist immer noch so. Weil bisher natürlich das enorme Innovationspotenzial von der Wirtschaft natürlich identifiziert wurde. Da ist auch ein immer grösserer Forschungsaufwand und es kommen immer mehr Produkte auf den Markt. Und naturgemäss ist dann das Thema Risiken und behördliche Gesetzgebungen deutlich langsamer und hinkt hinterher. Grundsätzlich liegen erst wenige Daten zur Toxikologie, zum Freisetzungs- und zum Umweltverhalten und zur Sicherheit von Nanopartikeln vor. Schreiben Sie Zitat. Für die meisten Nanopartikel ist es nicht klar, ob und wie sie im Körper aufgenommen, verteilt, verändert, angereichert oder ausgeschieden werden. Epidemiologische Untersuchungen zu den Gesundheitsrisiken, synthetische Nanopartikel gibt es noch nicht. Das war 2007. Kommen wir zum Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Der Titel heisst Nanotechnologie in der Pharmazie und angrenzenden Gebieten. Da heisst es, eine umfassende Risikobewertung aller nanotechnologisch hergestellten Produkte ist wegen der grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten und Materialen derzeit nicht möglich. Viele Nanomaterialien neigen aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften zu Aggregation beziehungsweise Agglomeration. In Forschungsprojekten wird derzeit versucht, das Verhalten von Nanomaterialien näher zu beschreiben und ein standardisiertes Vorgehen für die Risikobewertung von Nanomaterialien zu entwickeln. Also da sieht man, wo der Handlungsbedarf besteht. Bestimmte Nanomaterialien könnten im Körper akkumulieren und dort Schäden verursachen. Andere wiederum werden vom Organismus unverändert ausgeschieden. Mögliche negative Auswirkungen von Nanopartikeln werden von verschiedenen Organisationen beschrieben. Die toxikologische Bewertung, also Gesundheitsrisiko von Nanomaterialien am Arbeitsplatz, wird derzeit aufgebaut, 2010. Über verschiedene Ansätze und Projekte werden Risiken genauer erfasst bzw. erfasst. Die Pharmakokinetik von Wirkstoffen, also über welche Wege diese Nanopartikel in den Körper gelangen, wie sie sich verteilen, anreichen, ausscheiden. Also die Pharmakokinetik von Wirkstoffen, die mit Nanopartikeln verabreicht werden, ist heute erst ansatzweise bekannt. Hier besteht noch grosser Forschungsbedarf. Generell besteht ein grosser Forschungsbedarf im Bereich Nanotoxikologie. Nächster Artikel. Beurteilung eines möglichen Krebsrisikos von Nanomaterialien und von aus Produkten freigesetzten Nanopartikeln. Dies stammt vom Bundesinstitut für Risikobewertung und vom Umweltbundesamt vom 15. April 2010. Die beiden Bundesinstitute kommen zum Schluss, dass es in verschiedenen Studien mit Versuchstieren Hinweise auf eine möglicherweise krebsauslösende Wirkung einer Nanomaterialien gibt. Jedoch reichen die derzeit vorliegenden Daten nicht aus, um diese Materialien als potenziell Krebserzeugung für den Menschen mit hinreichender Sicherheit einzustufen. Wie ich gesagt habe, sind die Versuche teilweise schlecht von diesen Tierversuchen auf die Menschen übertragbar. Es ist auch nicht einfach, eine krebserzeugende Wirkung von einem Stoff herauszufinden bei Menschen. Wie soll man das jetzt machen kurzfristig? Das braucht Zeit. Zur Freisetzung von Nanomaterialien aus Produkten und zur Exposition, also im Kontakt, sind derzeit ebenfalls keine zuverlässigen Aussagen möglich. Informationen darüber, in welchen Produkten Zubereitung Nanomaterialien in welchem Umfang verwendet werden, sind nicht in ausreichendem Masse vorhanden. Es gibt zudem nur wenige Untersuchungen zur Freisetzung dieser Materialien aus Produkten. Zugleich ist eine verlässliche Messtechnik zum Nachweis von Nanomaterialien in verschiedenen Medien noch nicht verfügbar, beziehungsweise erst in der Entwicklung. Das gesundheitliche Risiko dieser Materialien für den Menschen lässt sich daher noch nicht mit genügender Sicherheit abschätzen. Die beiden Institute sind der Ansicht, dass trotz der noch bestehenden Unsicherheiten die Befunde zum krebsauslösenden Potenzial einiger Nanomaterialien ernst zu nehmen sind. Kommen wir zu EMPA Düppendorf. Da gibt es eine Studie in Nanosicherheitsforschung. Deswegen sind wir auf dem richtigen Weg von Prof. Dr. Krug. Diese Studie hatte das Ziel, die Literatur der letzten 10 bis 15 Jahre zu sichten. Und was da herauskommt, ist, die meisten Studien bleiben hierzu eine klare Aussage schuldig, inwieweit Nanomaterialien eine Gefährdung für Umwelt und Gesundheit darstellen. Im Gegenteil, viele der Arbeiten widersprechen aneinander und kommen auch zu völlig falschen Schlussfolgerungen. Das sind Fehler in den Studien, haben wir ja leider in der Corona-Pandemie auch schon gesehen. Allerdings konnte hier nur eine grobe Qualitätskontrolle der Studien vorgenommen werden, die sich auf die Mindestanforderungen bei der Charakterisierung der Materialien konzentrierte. Und es ist unbestreitbar, dass diese synthetischen Nanomaterialien in die Lunge und in den Markendarmtrakt als Eintragspforte nutzen und so in den Körper gelangen. Allerdings ist es meist nur ein sehr kleiner Teil der verabreichten Dosis, der in das Blut und Nachfolgen zu sekundären Organen transportiert wird. Der grössere Teil der verabreichten Dosis wird in der Lunge vom Akrophagen aufgenommen und mit den Reinigungsprozessen aus der Lunge entfernt oder ausgeschieden. Eine systemische Wirkung auf die inneren Organe wurde in nur wenigen der ausgewerteten Studien beobachtet, jedoch nicht nachvollziehbar als spezifische Wirkung der synthetischen Nanomaterialien nachgewiesen. Da gibt es hier noch weiter. Da machen Sie noch Vergleich von Installations- und Inhalationsversuchen. Installation ist flüssige Arzneimittel, Inhalation ist nicht einatmen. Und dann heißt es hier, ein nanospezifischer Effekt lässt sich für die Lunge anhand der vorliegenden Studien nicht ableiten. Das heisst also, diese Arbeit, und das ist ein anerkannter Professor, der berät nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der Deutschlandministerien, der nimmt auch viele Studien kritisch auf. Das heisst also, es ist hier nicht klar, inwieweit die Nanopartikel jetzt wirklich eine Gesundheitsgefährdung überhaupt darstellen. Das ist nicht klar, aber es ist eben auch nicht klar, dass sie es nicht sind. Dann noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016. Das ist die zweitletzte Studie, die wir hier zitieren. Nun, Sie schreiben, Oftmals wurde die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung und spezifischen Anpassung von Prüfverfahren deutlich. Also hier geht es um die behördliche Prüfung, Qualitätsprüfung, Zulassungsprüfung. Für den Arbeitsschutz stehen Gefährdungen durch das Einatmen lungengänger und biobeständiger Stäube im Vordergrund. Diese sind besonders kritisch, wenn die Staupartikel faserförmig sind. Bei lungengängigen Fasern lässt sich eine krebserzeugende Wirkung durch die Einflussgrössen Faserform, kritische Länge, kritische Durchmesser und Biobeständigkeit charakterisieren. Jüngste Forschungsergebnisse deuten an, dass für eine kanzerogene, also krebserzeugende Wirkung, die Faser ausreichend steif sein und somit eine Mindestdurchmesser aufweisen muss. Dies wäre eine Erklärung, warum bei verschiedenen Kohlenstoff-Nanoröhren, haben wir vorher schon kurz erwähnt, große Unterschiede in der Ausprägung der toxischen Wirkung, also der Gesundheitsgefährdung, beobachtet wurden. Falls Nanopartikel über die Darmbarriere in den Körper aufgenommen würden, könnten sie sich gegebenenfalls in verschiedenen Organen anreichern. Neben der Bioverfügbarkeit und Akkumulation müssten vor einer etwaigen Zulassung auch Fragen der Toxizität und Degradation der Partikel betrachtet werden. Also wie sich Partikel verändern, abbauen und so weiter. Für die Zulassung von Arzneimitteln sind die derzeitigen Verfahren zur Risikobewertung geeignet, um etwaige Risiken von nanoskaligen Inhaltsstoffen für Menschen und Tiere zu identifizieren und eine belastbare Risikonutzen, Abwägung zu ermöglichen. Auch hier müssen die Fortschritte in der Wissenschaft sorgfältig beobachtet werden, um die Bewertungsverfahren gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Also die Schlussfolgerung fiel ich ein bisschen gewagt, nach alledem, was vorher geschrieben wurde. Kommen wir jetzt zum Paul-Ehrlich-Institut. Was wissen wir über die Sicherheit der Lipid-Nanopartikel in mRNA-Impfstoffen? 8. Januar 2021. Da hatte man also noch nicht wirklich relevante Erfahrungen mit diesen mRNA-Impfstoffen bei Covid. Die Lipid-Nanopartikeln ähneln den sogenannten Liposomen, die als Träger für Arzneistoffe in der Medizin schon seit über 20 Jahren eingesetzt werden. In einem weiteren zugelassenen Arzneimittel sind therapeutische RNA-Moleküle in sehr ähnlichen LMP verpackt, also Lipid-Nanopartikel. Bei diesen Arzneimitteln werden im Vergleich zur Impfung deutlich höhere Lipidmengen intravenös verabreicht. Auch gab es bereits zugelassene Impfstoffe mit ähnlichem Aufbau, sogenannte virusomale Impfstoffe. Auch unter anderem gegen Hepatitis A oder Influenza. Virusomen sind ebenfalls Phospholipid-Vesikel, die auf der Oberfläche Hüllproteine tragen. Über diese Impfstoffe liegen viele Jahre Erfahrung mit einem guten Sicherheitsprofil vor. Sie befinden sich derzeit nicht mehr auf der Macht, was jedoch nicht auf Sicherheitsbedenken beruht. Die Struktur der Lipid-Nanopartikel bilden Phospholipide, haben wir auch schon behandelt in einer früheren Episode, mit darin eingelagertem Cholesterin. Die verschiedenen Lipid-Nanopartikel enthalten darüber hinaus weitere Lipid-Bestandteile, die spezielle Eigenschaften vermitteln. Da alle Lipide mit körpereigen Lipiden identisch sind, beziehungsweise an ihnen sehr ähnlich sind, gelten Lipid-Nanopartikel als biologisch abbaubar. Das heisst, es ist davon auszugehen, dass sie im Körper ähnlich wie Nahrungslipide enzymatisch abgebaut werden und weitgehend in den körpereigenen Fettstoffwechsel eingehen. Die mögliche Toxizität jeder dieser neuartigen Impfstoffzubereitungen wurde vor der Zulassung in präklinischen Toxizitätstests geprüft. Also da bin ich nicht überzeugt. Stimmen auch ein paar Sachen nicht. Auch zum Beispiel eben der Vergleich zwischen Liposomen und Lipid-Nanopartikel. Dann ebenfalls, dass diese Lipide alle mehr oder weniger natürlich sind, also die auch sonst im Körper vorkommen. Stimmt auch nicht. Es gibt mehrere funktionale Lipide, die neu sind, die synthetisch sind. Also das ist gewagt. Also da muss ich sagen, wenn ich so etwas lese, dann... Ja, gut, lassen wir das jetzt. Ein Beispiel, das in den Zulassungsstudien die Wirkungsweise von Lipid-Nanopartikeln offensichtlich doch noch nicht 100% verstanden wird, ist bei den Covid-19-Impfstoffen das Thema allergischer Schock unmittelbar nach der Impfung, sprich Anaphylaxien. In den Zulassungsstudien von Biontech, Moderna und AstraZeneca wurden zwar vereinzelt über Empfindlichkeitsreaktionen festgestellt, aber keine Anaphylaxien. Diese hat man erst beim grossflächigen Impfen festgestellt. Herr Patrick, jetzt haben wir verschiedene Studien gehört, aber so mein Eindruck, so ganz sicher weiss man es nicht. Es gibt so Mutmassungen. Was hast du für einen Eindruck? Ich habe auch einige Fragezeichen zum Thema Gesundheitsgefährdung von Lipid-Nanopartikeln. Ich werde den Eindruck nicht los, dass da sehr viel geforscht wird, dass viele Produkte auf den Markt kommen, aber dass bezüglich der Zulassung, bezüglich der Klärung des Gesundheitsrisikos hier noch einige Fragezeichen bestehen und gerade auch die letzte Folie vom Paul-Ehrlich-Institut, da kann man dann schon zum Schluss kommen, naja, also ist das irgendwo gefärbt, also will man da die Bevölkerung motivieren, damit man einfach eine möglichst hohe Impfrate hat. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte offen, transparent informieren, weil man hatte eine Notlage, die Impfung war eine wichtige Schutzmassnahme, die Risiken waren deutlich kleiner, als sich mit dem Coronavirus infizieren zu lassen oder zu infizieren, besser gesagt, vor der Impfung, vor der Immunität durch Impfung. Von daher gesehen ist das ja alles verständlich und nachvollziehbar, aber ich erwarte, dass die Wissenschaft und die Behörden, die Zulassungsbehörden und natürlich auch die Hersteller in den nächsten Jahren hier grosse Anstrengungen machen werden, um die Wissenslücken mehr zu schliessen und ich erwarte bei den mRNA-Impfstoffen, dass es eine langfristige Begleitstudie, wissenschaftliche Begleitstudie gibt zur Wirkung von diesen Lipid-Nanopartikeln. Ich auf jeden Fall bin nicht 100 Prozent überzeugt, ich habe weiterhin gewisse Fragezeichen zu den Gesundheitsrisiken und für mich, ich bin absoluter Fan von Nanotechnologie, aber ich sehe auch die Risiken von Nanopartikeln. Das ist für mich ein potenziell grösseres Risiko, wenn man das nicht selber abklärt. Okay, danke vielmals für die fundierte Recherche. Danke auch.